Alter WTF, ihr haben... Alter, volle Party, Junge. Ja, 100%. Ja, ihr haben geübelstes Rift. Alter, krass. Oh mein Gott. Alter, oh nein, was hab ich getan? Was hab ich getan? Ich will nicht sterben, ich bin dafür zu jung! Was geht ihr, Schädlinge? Willkommen zurück zu Hexed. Du kannst auch was sagen. Nö. Alles klar. Ja, Justin ist ja leider nicht dabei. Nö, nö. Und ich muss jetzt mal suchen. Und zwar hab ich das letzte Mal mich doch darüber gewundert, ob ich den scheiß Bogen her hab. Weißt du noch? Dann ist mir so aufgefallen, dass ich den in Folge 12 oder so gemacht habe. Ich hab ihn gequart. Ja, ja, ich hab dann erstmal Justin beschuldigt, dass er den hat. Ja, ich verlass. Und ich zieh jetzt mal die Rüstung aus, weil... Die ist noch nicht verzaubert und ich möchte nicht, dass die weg ist. So. Ja, ich klausel jetzt. Kannst du gar nicht, weil ich es im Inventar habe. So klaut. Ähm, wie viel Level? Ich hab kaum ein Level. Gut, das ist nicht so gut. Gut, das ist nicht so gut. Ich überleg gerade. Ich glaube, ich baue das hier mal so ein bisschen aus, und wenn ich mal ein bisschen Platz habe und dann... Justin will wieder Action machen, wie immer. Was? Nein. Ich will nie Action machen. Ach, du doch nicht. Ich hab mir was überlegt, und zwar müssen wir hier ja so einen kleinen Ausgang machen, ne? Weil das ist sonst blöd, wenn wir immer hier raus müssen. Ne? Ja auch. Mal einfach so, so eine Portaltür. Gehen wir dann einfach hier unten durch das Portal und sind dann einfach oben draußen. Alles klar, Chef. Super, die Lampe. Die baut sich nicht ab, wenn ich den Block dahinter abbaue. Die hängt jetzt einfach so in der Luft. Aber es sieht schön aus. Das kann man so lassen. Hm. Das ist hässlich. Hier ist kein Platz drin. Man kann keine... Äh? Was kann man nicht? So kann man denn keine... ...verzauberten Dingslöcher machen? Äh, Äpfel? Äh, Äpfel verzauberter an sich kann man so weit, ich weiß nicht, herstellen. Ich weiß nicht warum, aber es geht einfach nicht. Ich muss die wirklich finden. Du kannst goldene Äpfel machen, aber du kannst die dann nicht verzauber... Also du kannst die nicht... Ja, verzauberte Äpfel bringen. Achso, äh, ja. Ich weiß auch, warum du das hier zugemacht hast. Warum ist da auch Wasser drüber? Der ist jetzt doch kacke. Egal. Lassen wir das erstmal. Ich wollte jetzt was gucken. Und zwar... Äh, Rift müsste das sein? Rift Signature. Mit Eisen und eine Enderperle. Müssen wir da locker haben. Hm, hm. Jetzt hab wir keine Enderperlen hinten. Da haben wir doch schon drei und Eisen haben auch ganz viel. Und ich brauch nur zwei, das ist schön. Zwei. Zack, 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 zack. So, jetzt brauch ich noch den Rift Door, Dingens. Dimensional Door, genau. Brauch ich auch eine Enderperle und zwei Eisentüren. Ne, warte mal. Ach, das machen wir mal. Ne, ich brauch die Warp Door. Das musst du gleich sehen. Brauch ich auch wieder Enderperlen und vier Holztüren. Das heißt, ich brauch ein paar mehr Enderperlen. Ach, das sind welche. Schön. Ich glaube, wir haben so gut wie gar kein Holz. Und ich könnte mal ein Pfeil gebrauchen. Ich hab ja da, glaube ich, Infinity drauf. Ja. Oder ja. Natürlich. Ja. Das ist halt dein Punkt, den du erstellst. So ein paar Sachen, die ich so gar nicht bisher wusste in Hexit. Und zwar das mit den Schildern. Ich glaube, die sind mehr oder weniger richtig nutzlos, wenn du einen Giant Sword hast. Ich weiß es aber immer noch nicht genau. Doch, hab ich auch herausgefunden. Weil ich weiß, dass die auch Schutz... Also laut Hexit-Wiki bringen die Schutz, wenn man die in der Leiste hat, wenn man die nicht direkt benutzt. Ich weiß aber halt nicht, ob die auch Schutz bringen, wenn man einen Giant Sword hat. Ach, doch, einen Giant Sword. Aber ich schätze einfach mal ja. Wenn nicht, wär blöd. Wir haben echt kein Holz, ne? Wir haben kein Holz. Ich muss raus Holz holen. Das ist doof. 1000 Erze und alles, aber kein Holz. Hier sind doch Bäume. So. Keine Diamanten mehr. Klar. Ich hab doch gerade welche gesehen. Oder hast du die rausgenommen? Glaub ich, dass ich welche gesehen habe. Was? Das sind nur noch so wenig. Oh nein. Ich dachte gerade schon, nein. So. Ich hoffe, das reicht. Und jetzt die Enderperlen, richtig? Ja, müsste eigentlich reichen. Ähm, warum machen wir das denn am besten hin? Ich würde sagen, hier einfach so hin. Was für mich das da nicht haben möchte? Dann hast du jetzt ein Problem, weil jetzt ist es einmal da. Ach, okay. Man kann das ja auch noch versetzen. Ja, so ist es ja nicht. Die kommt jetzt erstmal hier rein, die Rüstung. Die nimmt mir dann so viel Platz weg. Okay. Schön. Jetzt brauche ich ganz viel Erde. Haben wir wahrscheinlich gar nichts. Na, ein bisschen was haben. Oh ja, ist sogar noch ganz viel Holz und ich hab's übersehen. Ach, du vollidiot. Oh, wir haben so viel Erde, ne? So, jetzt baue ich das hier oben einfach ganz schön zu, sodass keiner merkt, dass hier je eine Höhle war. Ähm, was hier und da. Wir brauchen doch bestimmt irgendwann mal Kakteen, oder? Ja, also bisher habe ich sie noch nicht so wirklich gebraucht, aber man kann sich halt eine Kaktusrüstung draus machen. Die ist zwar mehr als sinnlos, aber kann sie sich machen, ne? Einfach eine Kaktusrüstung, fertig. Komm, jetzt ist es dunkel, jetzt. Man muss ja hier das mal zubauen, das nächste Mal. Ja, das war noch dämlicher. Was ist das denn? Ist da nur Tür? Das? Wo machen wir jetzt am besten die Tür hin? Äh, in den Tower die rein, direkt, würde ich sagen. Ne, das war ja auch blöd. Das Holz lasse ich jetzt mal da, wo das Holz ist. Hm, wo kann man denn... Guck mal, Tumbleweed war die Satin. Ich mach die jetzt einfach mal hier so ganz provisorisch hin. Man kann die ja immer noch später schöner machen, obwohl ich mach so vielleicht direkt ein bisschen schön. Haben wir noch irgendwie festes Holz? Ich möchte nicht unbedingt das... Oh, Aloe Vera, hä? Wir haben noch Wolle ganz viel, okay. Ja, genug. Sandstone könnte ich auch nehmen. Das muss ja jetzt nicht wunderschön aussehen, aber... Wo war hier denn? Erstmal für den Anfang. Kann das direkt machen. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Oha, der hat einen Schlag von meinem Schwert ausgehalten. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so mache. Ich mach's einfach so. Sieht irgendwie nicht so schön aus. Egal. Ich kann gar nicht wissen, was du machst, ey. Aber sieht das scheiße aus. Ich mach's wieder weg. Ne, ne, ne. Na, das ist allgemein nicht so hübsch. Ui, jetzt hat sich hier die Welt kurz nicht geladen. Böse, böse. Das ist doch kacke, Mensch. Das kann man doch keinem sagen. Höh? Hattest du auch gerade einen Leck? Ja. Aber das ist gerade nicht so schön. Was macht denn da wieder Nitrado? Immer Nitrado, ja? Boah, Alter. Ich werfe gerade fast in... Alter. Der wäre fast gestorben. Ich hätte es dir gegönnt. Nein, ich wäre fast in... Ja, deine Mutter. Ne, die nicht. Alter, hier ist der richtige Alter geil. Hm. Ich gehe da jetzt einfach gar nicht weiter drauf ein. Das ist gerade bei mir irgendwie... Aber mir ist es gerade auch übelst am... Äh, ja. Abschacken. Mache ich einfach den Sommer gleich nochmal neu. Mensch, ich glaube, der geht gerade kaputt. Er ist so tot. Alter, lol. Was ist denn? Auf einmal spammt bei mir so ein Goblinbaum. Weißt du, was ich meine? Hm, so ein fetter. Noo. Ach so, du meinst die mit den Spawnern. Ich war gar nicht drauf... Ja, ich war gar nicht vorbereitet. Auf einmal steht der da. Ich muss dann das nächste Mal gucken, dass das bei der nächsten Aufnahme nicht nochmal so laggt. Fand grad nicht so schön. Aber was soll's. Ich glaube, ich habe eine Signature zu viel gemacht. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele. Egal. YOLO. Alter. Zack und zack und zack. Was ist das denn? Jetzt machen wir hier noch eine Tür hin. Ja. Zum Glück lag das aber gar nicht. Alter. Na, das ist gerade echt nicht so schön. Alter. Egal. Erste Folge halt Leckfolge. Ich wäre wahrscheinlich einfach den Titel so nennen. Hardcore am Abschwacken hier. Wo ich bin, ist auf jeden Fall einfach richtig viel Domo. Okay. Ist das schön für dich. Ein Turm, Goblin-Ding. Kannst du dir ja schon mal merken. Ich glaube, da ist sogar ein Riesenschiff. Kann man ja irgendwann mal machen. Kann man irgendwann gerne mal machen. Ich hoffe, ich mache jetzt auch nichts Falsches hier. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Jawohl. Ah, genau so hatte ich das geplant. Mensch, ja. Das ist schön. Du musst mir jetzt nochmal erklären, was diese ganzen Obsidian-Blocke da brauchen. Welche Obsidian-Blocke? Ja, die einfach so in der Luft rumschweben. Dieser viereckige Turm? Ja. Weiß ich nicht, ich habe mich da nie informiert. Also, es hat seine Vorteile, wenn man Obsidian braucht. Äh, ja. Server. Das ist gerade echt nicht schön, ne? Das liegt daran, dass ich mit dem Stab rumcuse. Ja, sicherlich liegt das daran. Ich würde es einmal an deiner Stelle lassen. Ja, hör auf damit. Weil du lädst einfach zu viele Chunks auf einmal. Wir haben zwar jetzt zwei Gigabyte RAM, aber... Alter, wie viel hier einfach ist. Hm. Ich denke, die ist nicht so stark. Lackt es noch immer? Naja, nee, nicht so stark. Also momentan gar nicht. Es hat ja auch nicht stark. Lackt immer noch mal so kleine Einbrüche. So, lass ich das jetzt einfach erstmal. Okay, dann haben wir auch einen kleinen Ausgang schon mal. Immerhin. Alter. Du musst unbedingt die Kisten sortieren, das geht gar nicht. Nein, Dom, ich bin besoffen. Ich habe eine Signature zu viel gemacht. Dom, hol mich ab von zu Hause. Das sieht zwar jetzt sehr scheiße hier aus, aber egal. Gut, dann baue ich das hier mal einfach jetzt aus. Und ich hole dich nicht ab. Ich muss hier bauen. Warum habe ich eigentlich zwei Ex da? Äh. Weil du der König bist. Ach, hier oben ist ein Loch. Hey. Warum ist da ein Loch? Das finde ich aber nicht so schön. Das ist voll geil, dass die Piraten sich einfach, wenn die ins Wasser fallen, sich einfach ein Boot unter den Arsch setzen. Ja. Das ist so lustig. Ja, dann stirbt man nicht. Ach, der ganze hier gedönst hier von Sand. Braucht doch kein Schwein. Klar, Sand ist immer gut. Ja, später vielleicht auch momentan noch nicht. Hier ist auch noch ein Loch. Äh. So. Test-Tür sieht so gut aus von hinten. Oh, nö. Doch. Es wird Nacht, ne? Oh, nein. Äh. Na, gerne nach Wern. Ich brauchst für so ein paar Level. Stimmt, ich auch. Ich muss die Rüstung unbedingt weiter verzaubern. Haben wir dann so viel Mist am Start? Unbedingt mal Kisten sortieren. Was sind hier so für Sachen drin? Genau dasselbe, das ich auch schon anhab, oder? Fire Protection. Aura. Haben wir noch irgendwas anderes vom Meteorit? Außer jetzt vielleicht... Hm. Diamond-Sachen. Ist jetzt auch nicht so das Beste. Dann... Ach ja, genau. Das könnte ich mir mal mitnehmen. Ja, das können wir für später noch ganz gut gebrauchen, das Big Sword. So, dann geht's mal raus. Jetzt wird's hier Nacht. Und dann wird geschnetzelt. Ich brauch Level für meine Rüstung. Kommt, ihr Monster. Kannst du dich noch an unsere erste Welt erinnern? Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Wo wir dieses Gravel-Dings da gefunden haben. Diese Gravel-Falle. Ja, war das jetzt eine Falle oder war es keine Falle? Das ist eine Falle. Also, das mit den... Äh, wo in der Mitte der Klostern ist, oder was meinst du? Nein, nein. Richtig. Da, wo... Alter. Ähm, nicht der Brunnen, sondern das, wo halt einfach ringsrum... Äh... Ups. Ja, halt Stein ist. Und dazu dann noch... Äh... Gubberville in der Mitte ist. Und du übelst Angst hattest, da reinzugehen, weil du dachtest, oh mein Gott, das ist das... Ach so, das. Oh, guck mal hier. Hab ich den Start? Nee, aber den krieg ich. Er hat ein Schaf getötet. Böser Stern. Böse Sternschnippe. Hat ein Schaf getötet. Voll asozial. Ja, ja. Hat die nicht letztens schon ein Tier getötet? Ja, auch. Ein Schwein. Ja, ja, böse Viecher, du. Ähm, nee, ich glaub... Aber das ist keine Falle. Ich glaub... Ja, genau, das ist keine Falle. Das ist einfach nur eine Tugfalle. W- bist du dein... Ah, nee, du bist nicht in einem Sumpf. Wenn du in einem Sumpf bist und hier Dings findest, hier Treibsand, musst du unbedingt ein bisschen was mitnehmen. Ja, mit Treibsand? Kann man schöne Fallen machen. Für wen? Kann ich für dich Fallen machen. Ja, nehmen wir einfach für Monster. Ja, weil wir das zwar nötig haben. Ja. Komm, ich will vielleicht ein paar Rare Mobs jetzt, das wär schön. Kannst du einfach zu mir kommen, dann können wir eben den Tower klären. Nee, das wär jetzt zu... Das wär jetzt zu Mainstream. Eben, dann warte ich lieber hier. Es gibt doch auch diese tollen Büsche, wo du... Das ist, oh mein Gott. Ja, diese tollen XP Büsche, oder? Aber... Das war nicht so einhörig. Aber... Warte kurz. Warte kurz. Ich warte doch. Auf was soll ich denn warten? Ich verfolge gerade ne Rare Spinne. Ne kleine. Ich hab mal gern wieder so richtig heftige Rare Mobs, die irgendwie Feuerbälle oder so schießen. Das ist ja immer was Schönes. Ja, meine war ungefähr so gerade. Aber nicht genau so. Oh, guck mal, ne Rüstungs-Skill 8. Oh, dass meine explodiert ist. Oh ja. Double Kill, Junge. Der Bogen ist so OP, das ist richtig schlimm. Ein, gar nicht. Oh, was hab ich hier denn noch drin? Guck mal, ich hab's noch Level. Ich muss mich unbedingt an der Mobfalle machen. Ich werde die aber auch noch ein bisschen anders machen dann, als wir sie in der einen Welt haben. Weil du gemerkt hast, dass man da... Es gibt so viele Mobs. Unglaub... Na, erstens sind es sehr viele Mobs. Zweitens tropft man unglaublich viel Müll, den man gar nicht braucht. Und was auch schwierig ist, sind die, ähm, die sich raus teleportieren, diese Rare Mobs. Da muss ich... Ich glaub, da gibt's nicht wirklich ne Lösung. Ich glaub, das kann man gar nicht so gut umgehen. Ach, hier sind schön viele Monster, Mensch. Ich wusste noch, in der einen Folge hier, wo ich übel zu Panik hatte wegen der Spinne... Was eigentlich voll nicht schlimm war. Dann doch, weil, ähm, das war so ne... Die so ein Rare Mob, das, ähm, Schaden zurückwirft. Also, den Schaden auf mich projiziert, den ich ihr gebe. Und da ich ja so unglaublich viel Schaden mache... Ja, mindestens. Dachte ich, dass ich diese böse Spinne... Das kann ich auch machen. Alter, oh mein Gott. Oh, guck mal, ein Zombie. Was ist das denn für ein... Was... Kann ich dir nicht sagen? Ich kann ja gar nicht. Hä? Ich hab grad ein Skelett angeschossen. Nee. Haben wir den Tower hier schon gemacht? Also zumindest die Spawner abgebaut? Ich weiß es gar nicht. Das ist so ein kaputter Tower. Die mag ich nicht so. Ja, wenn der im Vault ist, dann haben wir das gemacht. Nee, das ist der, der direkt am Anfang... Ah, nee, hier ist ein... Ah, ja, genau. Da hab ich das Skelett... Den Skelett... Dingens... Den Skelett-Spawner markiert, weil ich den mitnehmen wollte. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Noch kein einziges Realm auf die Nacht gehabt und du hast... Ich dachte grad schon, wer kommt denn da? Guck mal, geht das mal an, geht da mal rein. Oh ja, guck weg, wie ist denn? Ja, hab ich schön gemacht, oder? Hast du ja umzupft. Sieht schön aus, ne? Alter, voll nötig und so. Ja, ich fand's, weil... Ich hatte keine Lust die ganze Zeit immer in diese Höhle dazu. Ja, ja, danke schön. Weiß ich. Gar kein Problem. Hab ich gut gemacht. Wir hatten schon was, wirklich. Ja, find ich auch. So ein bisschen was von Luxushaus. Wenn du einfach mal durch eine Tür gehen kannst. War ein bisschen langweilig hier, die Nacht, ne? Keine Aktion. Na, bei mir nicht. Na, bei mir aber schon. Also, dass eigentlich voll der Cheat ist, wenn du für einen... ...denkst du zauberst, dann wieder... ...entzauberst. ...eine Sache drauflässt, und dann... ...repairn, dann wieder runter. Du verlierst ja ja nur ein Level, das ist ja richtig. Ah, hier ist noch das Ding, da wollen wir noch reingehen. Aber ich weiß nicht, ob wir schon überhaupt schon drin waren. Das kann sein. Weißt du, wenn wir mal so eine Crab-Kiste machen, oder so? Wir haben nur Crab-Kisten. Also, mehr oder weniger. In manchen Kisten ist übelst ja Müll drin, in manchen sind halbwegs gute Sachen drin. Irgendwann einfach mal sortieren den ganzen Müll. Fuck! Oh, noch ein paar Level. Nein, schau. Oh, Alter, ich hab meine Rüstung gar nicht an. Bin's denn tot? Jetzt einfach so einschleifend. Guck mal, ich hab was ganz schönes gemacht. Oh, sieht das schön aus. Alter, richtig sexy. Du hast noch gar nicht gesehen. Homo. Doch. Nein. Du bist ein Homo, was ja. Nein, das du gar nicht. Tja. Musst du rausfinden, was ich gemacht habe. Ich hab was verändert. Cool. Ja, sieht schön aus. Ich baue hier noch ein bisschen aus, damit wir wenigstens ein bisschen was geschafft haben. Ach nee, Sand. Also, ich hab viel geschafft, du nicht. Nee, ich nicht so. Was hast du geschafft? Zeig mal. Ja, gar nichts. Oh, wie süß er den toten Chili drübergeheben. Ja, ne? Hat was. Oh, ist schon gut, Dome. Ja, sieht schön aus. Ich weiß. Ja, ja. Kann man schon mal so stehen lassen. Da frag ich mich, wieso wir hier einfach nirgendwo Monster haben. Weil da ein Sternschnuppe ist. Wo ist sie? Da. Da. Ach, du mit deinem Scheißstab, ne? Richtiger Homo. Sie hattest du keine Chance. Wie wär's, wenn ich die einfach nicht brauche? Hm, schon mal da dran gedacht. Mal mal ganz ehrlich, du kannst damit eigentlich so viel wenig... Du willst ja ganz hart. Du kannst da so viel... Nein, jetzt hat dein Mundwerk, Junge. Lass mich ausreden. Ja, du kannst damit eh nix machen. Außer diese komischen Meteoriten-Scheißdinger. Sonst sind die Nutz... Ne, diese Dinger, die in den Himmel ragen. Ja, das sind die ganzen Dinger, die ich meinte. Ja. Das ist voll sexy dann. Ja, weil das hat keinen Effekt an sich. Doch, das ist voll gut. Okay, gut. Dann ist es halt einfach voll gut. Merke ich mir. Ja, vertraue dem Minecraft-Profi. Mindestens. Yo. Ich packe jetzt das Schild einfach unten raus und hoffe einfach mal, dass es nix wirklich bringt. Und wenn doch, dann passiert's. Und dann stirbt's halt, ey. Ja, Mensch. Sache, passiert. Die meisten sind für noch nicht gestorben, ja? Das wird auch so schnell nicht passieren. Sind ihr da sicher? Ja, bin ich da ganz sicher, mein Freundchen. Erstmal so drohen, alles klar. Kann ich denn jetzt irgendwas wenigstens verzaubern? So ein kleines bisschen so. Was hab ich denn hier schon angefangen? Wenn ich da jetzt Soul-Tier drauf mache, kostet mich das bestimmt... Ja, 12 Level, come on. Oh, man. Bestimmt jetzt schon Tag langsam. Ah, nee. Aber so langsam. Aber so langsam, langsam. Oh mein Gott, ein Biber. Guck mal, Spinne. Gib mir deine Level. Gib mir deine Level. Ja. Wir sind unbedingt so ein übelstes Piratenschiff hier. Alter. Oh mein Gott. Hier ist voll die Enderman-Party. Hier ist irgendwo ein Rift oder... Hui! Ganz ruhig. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Hier, Alter! Alter, WTF? Alter, voll die Party, Junge! Ja, 100% Ja, ihr haben übelstes Rift! Alter, krass! Oh mein Gott! Alter, oh nein, was hab ich getan? Ich will nicht sterben, ich bin dafür zu jung! Nein! Oh! Alter, ganz ehrlich, ne? Oh, der Sound ist laut, wir müssen... Okay, dann pass auf, pass auf! Nein! Ähm... Ich hab keine Ahnung, warum das so ist, aber... Ich würd' sagen, das wär's erstmal für die Schwieriger gewesen. In der nächsten Folge machen wir den Scheiß da auf jeden Fall weg! Und... Ja! Gibt's nichts zu sagen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!